Speisehoher und Tumor werden oftmals zu spät erkannt. Die Entzündung der Speisehoher selber kann ich als Patient nicht konkret erkennen, aber es gibt natürlich Symptome, die darauf hinweisen. Das ist das saure Aufstoßen, das Brennen letztendlich hinter dem Brustbein, also alles, was im Prinzip so unter den Refluxbeschwerden im Allgemeinen subsummiert wird. Spezifische Symptome für ein Barrett kann ich als Patient selber nicht erkennen. Die Beschwerden sind gleich zu den Refluxbeschwerden. Das Barrett ist letztendlich eine endoskopische Diagnose. Das ist die Umwandlung der Schleimhaut des unteren Speiseräumbereichs in Magenschleimhaut. Und das ist insofern wichtig, dass das regelmäßig überwacht wird, weil dadurch durchaus auch mal bösartige Tumorerkrankungen erstehen können. Die Symptome bei Tumoren im Oesophagus sind in der Regel relativ unspezifisch. Sie gehen im Prinzip einher mit Schluckstörungen oder Schmerzen bis hin zu den allgemeinen Tumorerkrankungssymptomen im Sinne von Gewichtsverlust, allgemeine Abgeschlagenheit. Letztendlich ist das oftmals das Problem, dass Tumorerkrankungen ja auch aufgrund dieser Unspezifität lange unentdeckt bleiben beziehungsweise dann oftmals halt auch in einem etwas fortgeschrittenen Stadium auch diagnostiziert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017